Was? Zwei Videos an einem Tag? Ihr wundert euch sicherlich, warum noch ein Video kommt und das erkläre ich euch. Meine Mutti hat heute Geburtstag. Sie wird 48 Jahre alt und ich dachte mir, irgendwas muss ich da noch machen. Es hat sich jetzt leider herausgestellt, dass es ziemlich spät geworden ist, darum kommt es jetzt auch erst zu spät. Ein bisschen Planung musste gemacht werden und so weiter. Daher kommt es alles jetzt erst. So, und zwar, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, Mami. Jungs, wenn ich bitten darf, kommt mal rangerutscht auf den Zentimeter. Wunderschön. Und zu jedem Geburtstag gehört natürlich auch eine Geburtstagstorte und das soll ja diesmal auch nicht fehlen, deswegen... Alles Gute zum Geburtstag, Mama! Jetzt darfst du pusten. Ja, nochmal alles Gute. Ich hoffe, das Jahr wird mir jetzt besser und Jungs, ihr dürft auch nochmal Spam, Spam, Spam. Jawohl, sehr schön. Hat alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Herzlichen Dank an alle ZKF-Krieger für die Glückwünsche für meine Mutti und dass ihr dabei wart, dass ihr mitgemacht habt. Dass es so gut funktioniert hat mit ein paar kleinen Macken, aber sehr gut funktioniert in meinen Augen. Mama, nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ich hab dich lieb und ja, sonst fällt mir sonst nichts mehr ein. Ich wünsch dir was. Tschüssi und an euch. White out!